Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung sollen wir die zulässige Masse der Leuchte herausfinden. Das hängt am Ende des Tages davon ab, wie viel Gewicht kann unser Zugseil aushalten. Jetzt ist es so, die Leuchte wirkt senkrecht nach unten. Dementsprechend müssen wir herausfinden, wie viel Gewicht oder Kraft kann unser Zugseil senkrecht aufhalten. Ich mache mal hier F. Man könnte hier auch Fy zum Beispiel hinschreiben. Jetzt ist es so, dieses angewinkelte Zugseil kann tatsächlich aus der Aufgabenstellung 263 N,15 aushalten. Mehr geht nicht. Jetzt müssen wir halt schauen, wie können wir die senkrechte Kraft davon herausfinden. Oder wie viel Kraft kann dieses Zugseil senkrecht halten. Nun, das machen wir mithilfe von der Winkelfunktion. Und zwar folgendermaßen. Ich zeichne hier dieses Dreieck nochmal. Was wissen wir über dieses Dreieck? Wir haben hier einige Angaben und zwar benötigen wir, um unsere Kraft herauszufinden, den Winkel Alpha. Damit wir die Winkelfunktion nutzen können, müssen wir Winkel Alpha herausfinden. Wie machen wir das? Mithilfe dieser beiden Angaben, 2 Meter ist hier vorne die Länge, sowie 1 Meter ist die Höhe. Diese beiden Angaben werden uns jetzt helfen, Winkel Alpha herauszufinden in diesem Dreieck. Da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe W für Winkelfunktion zu schauen. Das sollte euch zu der Seite führen, wo ihr diese Formeln anschließend findet. Damit wir diese Formeln finden, müssen wir hier was klarstellen. Und zwar, worum geht es bei diesen Angaben 2 Meter und 1 Meter? Ankathete und Gegenkathete. Ich hoffe, dass ihr wisst, die längste Seite ist die Hypotenuse. Die ist jetzt aber nicht so wichtig, da wir die Angaben von diesen beiden Sachen hier haben. Nun, müsst ihr Folgendes wissen. An dem Winkel, in diesem Fall die 2 Meter, die sind an dem Winkel, ist immer die Ankathete. Gegenüber dem Winkel, das sind die 1 Meter, ist die Gegenkathete. Wenn man diesen Trick kennt, wir haben die Ankathete, aber auch die Gegenkathete gegeben, dann müssen wir hier in der Formelsammlung schauen, welche dieser Formeln wird uns jetzt helfen. Da wird es auf jeden Fall Tangens Alpha uns helfen, denn wir haben hier Gegenkathete und Ankathete, die wir ja bereits kennen. Diese Formel müssten wir normalerweise nach Alpha umstellen. Müsst ihr jetzt nicht machen, denn direkt in der Zeile darunter bei euch in der Formelsammlung ist die Formel bereits umgestellt. Das bedeutet, Alpha alleine wäre in dem Fall Arc Tangens. Anschließend A steht für, wenn ihr das hier betrachtet, Gegenkathete. Das bedeutet 1 Meter durch 2 Meter. Wenn ihr das im Taschenrechner eingegeben habt, solltet ihr hier einen Winkel in Höhe von 26,57 Grad erhalten. Ich weise nochmal darauf hin, Arc Tangens findet ihr auf eurem Taschenrechner. Das ist die Taste Tangens hoch minus 1. Das kann ich jetzt mal hier vorne euch demonstrieren, denn ich weiß, viele kennen sich mit Taschenrechner auch gar nicht so aus. Also bitte nicht auf Tangens drücken, denn das wäre ganz normal Tangens. Wir wollen dieses braune Tangens hoch minus 1 aktivieren da drüber. Da drücken wir auf Shift, anschließend auf Tangens und wir erhalten unser Arc Tangens oder Halbtangens hoch minus 1. Danach 1 durch 2 erhalten hier einen Winkel von 26,57 Grad. Nun haben wir unseren Winkel an dieser Stelle herausgefunden. Was hilft uns das, um diese senkrechte Kraft zu erhalten? Da zeichne ich nochmal ein Dreieck. Dieses Mal geht es um die Kräfte. Wir kennen die Hypotenuse. Wir haben hier vorne 263,15 Newton. Wir kennen den Winkel Alpha. Wir wissen, an dem Winkel Alpha hier vorne wird sich dann die Ankathete befinden. Gegenüber wird er dann die Gegenkathete sein. Jetzt ist es folgendes. Folgenden Trick. Wir suchen die senkrechte Kraft. Das ist tatsächlich die Kraft, die wir mithilfe der Winkelfunktion hier finden können. Wir suchen die Gegenkathete in diesem Fall. Wie kann es sein? Viele kennen sich mit Dreiecken jetzt nicht aus. Viele denken, ja, aber wir suchen gar nicht die linke Seite, sondern wir suchen zum Beispiel die rechte Seite davon. Ihr dürft nicht vergessen, wenn wir dieses Dreieck spiegeln würden, ist diese Kraft hier vorne genau die gleiche, die ja hier ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr seht hier vorne die 2 Meter. Wenn wir die 2 Meter hier vorne, hier so, da ist die Länge ja auch 2 Meter bis hierhin. Wenn wir diese Länge machen, die ist ja auch 1 Meter. Wenn wir diese Längen quasi spiegeln, sind die 1 und 1 gleich. Deswegen kann man jetzt hier diesen Trick machen. Und zwar benötigen wir nur die Kraft, die jetzt hier ist, die Gegenkathete. Wir haben Hypotenuse. Wir suchen Gegenkathete. Da schauen wir wieder beim Winkelfunktion, welche dieser Formeln helfen uns. In diesem Fall Gegenkathete, Hypotenuse. Sinus Alpha ist die Lösung. Wir schreiben hier vorne Sinus. Hoppala. Sinus Alpha ist nichts anderes als Gegenkathete durch die Hypotenuse. Wir suchen die Gegenkathete. In diesem Fall hier steht geteilt durch Hypotenuse. Wir machen das Gegenteil mal Hypotenuse. Erhalten hier die Lösung. Gegenkathete ist nichts anderes als Sinus Alpha. Sinus kennen wir ja. 26,57 Grad mal die 263,15 Newton. Wir bekommen hier einen Wert in Höhe von 117,7 Newton. Das ist die zulässige Kraft, die unser Seil senkrecht halten kann. Mehr geht nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Kilos sind das? Wie kann man das ausrechnen? Denn bei uns geht es um die Masse. Da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe G zu schauen für Gewichtskraft. Da werdet ihr die Seite aufschlagen mit der Formel FG ist nichts anderes als M mal G. Ich schreibe zunächst mal die Formel auf. M mal G. Diese stellen wir um nach der Masse. Hier steht mal G. Wir machen das Gegenteil geteilt durch G. Das heißt, die Masse ist nichts anderes als Kraft durch G. Wir setzen die Werte ein. 117,7 Newton geteilt durch G. Ist bei euch auch in der Formelsammlung hier gegeben. In Höhe von 9,81. Sehr wichtig. Meter die Quadratsekunde. Wir bekommen hier einen Wert in Höhe von 12 Kilogramm. Warum Kilogramm? Falls ihr das nicht wisst, Da könnt ihr im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe P schauen für physikalische Größen. Werdet eine Seitenzahl finden. Danach dahinter steht FF. Das heißt, wenn ihr diese Seitenzahl aufgeschlagen habt, blättert ihr bitte noch eine Seite weiter. Guckt nach, dass ihr die Zeile mit Gewichtskraft findet. Dort gibt es die Einheit Newton. Wie kommt Newton zustande? Ihr seht, Newton kommt zustande, indem diese drei Einheiten zusammenkommen. Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Wir haben hier vorne, das bedeutet, dass wir anstatt Newton diese drei Einheiten hinschreiben könnten. Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Brauchen wir jetzt nicht, denn Quadratsekunde und Meter werden sich kürzen. Am Ende bleibt jetzt nur Kilogramm übrig. Das heißt, wenn wir F durch G machen, bleibt halt Kilogramm übrig. Jetzt ist die Lösung nicht 12 Kilo. Warum? Wir haben hier vorne eine Stange. Dieses Seil muss ja noch diese Stange halten. Viele machen hier an dieser Stelle einen Fehler. Und zwar, man macht von den 12 Kilos die 4 Kilogramm abziehen. Denn in der Aufgabenstellung steht, dass die Stange 4 Kilo wiegen. Das müsst ihr nicht machen, und zwar folgendermaßen. Die Stange wird zur Hälfte auf der linken Seite gestützt. Das heißt, das Seil muss nur die Hälfte dieser Masse aushalten. In diesem Fall müssten wir von unseren 12 Kilo die 2 Kilo abziehen. Das heißt, die Masse der Leuchte kann höchstens 12 Kilogramm minus 2 Kilogramm 10 Kilo sein. Mehr darf die Masse der Leuchte nicht sein, mehr kann das Seil nicht aushalten. Das ist die Lösung. Ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.